moin moin und willkommen zurück auf meinem kanal zu einer weiteren folge mass effect und in der letzten folge haben wir herausgefunden dass saren zusammen mit der sovereign beim schiff was sozusagen ein eine alienrasse ist sich zusammengetan hat und leider hat uns der rat das nicht so geglaubt das macht aber nichts wir reisen jetzt weiter nach feros denn feros wurde auch von den geht angebrochen meine ich doch dass wir das gelesen hatten und wir werden mal probieren ob er da nicht irgendwas machen können so die milchstraße da ist feros und da reisen jetzt einfach mal hin sollte das feroz und damit gucken was da was da so auf sich hat und ich hoffe dass wir sagen beziehungsweise die gegen gegen den haben wir einen fetten kampf gehabt zu dem noch irgendwie so ein bisschen na wie soll man sagen stoppen können wir schauen mal so will einfach mal direkt also die ist doch nicht entwickelt sich ganz gut gerade unsere richtung wo man das richtig cool findet ich bin gespannt auf die nächsten teil zwei und drei noch weil sie müssen sich ja ob die schon ein bisschen verbessert haben gegenüber die alten teile bin gespannt also dass das war auch schon optimierung hier aber alles andere wäre natürlich ein bonus für uns so so geschafft wir gehen gleich raus ich will noch einmal kurz mit den steuermann reden da vorne der mir irgendwas zu sagen hat so joker commander ich weiß dass es für sie da unten nicht einfach gewesen sein kann die entscheidung zwischen alenco und williams das tut mir leid sir ich weiß nicht ob ich das gekonnt hätte nicht wünschen in einer solchen situation gibt es keine richtige entscheidung ich kann nur hoffen so etwas nie wieder erleben zu müssen ich gebe ihnen keine schuld commander es ist nur eine verdammt traurige geschichte ist bei ihnen alles okay saren ist immer noch da draußen joker reißen sie sich zusammen wir brauchen sie noch keine angst ich werde sie nicht enttäuschen ich will schließlich dabei sein wenn dieser hurensohn für seine taten bezahlen muss er hat so gesagt so wir nehmen mit der ist ja hier wie heißt es hier missing in action er ja auch ich habe immer angst leute dazu zu nehmen weil ich habe angst dass ich den verlieren aber ich nehme ashley williams mit und im garus diesmal mit gibt's ja was genau und vorsichtig wissen wir nicht aus atmosphäre angeglichen aber wir müssen auf jeden fall unsere waffen noch mal kontrollieren kommandant ist an land gegangen exekutive officer presley hat das kommando ok so wir gucken mal ganz kurz in unsere in unsere sachen rein weil es kann gut sein dass wir die squads ein bisschen aufpusten können hier haben wir auch ein paar sachen bekommen so bis auf sie kriegt auch hier noch ein paar punkte rauf ja das wollte ich eigentlich nicht da kann ich sie wegnehmen da die kann ich nicht okay gut nee wir machen eine pistole noch meisterhafter schützer und wir machen das stromgewehr meisterhafter overkill ok vielleicht noch mal so garus das haben wir voll gemacht dann machen wir hier bei garus machen wir einfach mal die taktische panzerung hoch und hier nochmal hoch wohl dann machen wir das stromgewehr auch polle polle oh was habe ich für einen vergessen das war mich ne ich habe keine punkte ok so lassen wir mal die ausrüstung kontrollieren so da habe ich eigentlich gar nicht so viel was wir da machen können denn ich habe alle schon ziemlich weit oben bei ihm upgrades holium ist schön gift ist immer gut was mit den anderen waffen eigentlich sind die ganz gut ausgerüstet hier so und dann ich glaube ich habe von der rüstung her habe ich nichts besseres ne gut guck mal bei ihr sie kann auf jeden fall bessere rüstung bekommen denn sie ist ja ja sie kann sogar schwere rüstung tragen kann sie schwere rüstung sogar tragen anscheinend ok machen wir das mal kriegt sie schwere rüstung an warte mal holen wir noch was von den waffen da macht es natürlich mehr schaden mit ja übernehmen wir aber wenn andere ok das machen wir dann wenn die regeneration der der leute verhindert wird der gegner ist natürlich ziemlich cool eigentlich gut was hat man auch da so kriegt eine kleine waffe hier ja gut aus hier stiletto übernehmen wir auch war eine polium drauf rumgewehr so bei der rüstung hatten wir schon okay dennis garus dran bei der rüstung können wir nicht so viel reißen bei ihm und schuhen gewehr war glaube ich umso mehr ne auch nicht die hatten wir mit deswegen haben wir den schon aufgerüstet vor ok ach hier kriegst du auch die stiletto mit upgrades nein warte kurz mal zurück gehen ich bin beim sturmgewehr auch noch bei der ausrüstung phasen munition ach das lass hier zack so ah wird schon gut gehen wir speichern noch einmal und dann geht es direkt weiter ja leider müsst ihr auch dabei sein wenn ich die ausrüstung so checke aber wir können mit wer ist er dav el talakani sprechen wir haben ihr schiff gesehen faidan möchte sofort mit ihnen sprechen er ist unser sprecher er braucht ihre hilfe bei den verteidigungs vorbereitungen gegen die geht sie machen einen weiteren vorstoß bitte gehen sie nach oben hin aber mal geht es Was ist das? Steckt noch dahinter, ne? Der Schadenschütze. So. Hm. Die sind also ziemlich weit vorgerückt, muss man sagen. Ja, bauen sie sich. Ich frage, wo ist er hier längst? Ja, wahrscheinlich, ne? Oh, oh. Oh, so ein Hängeteil. Oh. Das sind meine Leute. Okay. Haben sie die erwischt? Ich hab sie nicht erwischt. Irgendwann hat sie erwischt, ich nicht. Gut. Kann ja auch mal eine Sniperwaffe nehmen, oder? Okay, das sind Menschen. In die Tunnel. Sie müssen gesichert werden. Aber was ist, wenn dort Geht sind? Es tut gut, ein paar Soldaten zu sehen. Wir werden immer weiter dezimiert. Ja, da liegt jemand. Frachtkran aktivieren. Ich befürchte, die Geht werden uns alle töten. Die Geht sammeln sich zu einem neuen Angriff. Müssen wir gucken, ob wir hier was machen können. Okay, das rücken wir kurz. Was gibt es? Noch Frachtloks. Kann man noch nicht so viel machen. Okay. Dann müssen wir jetzt zurückgehen. Wo wir jetzt genau hin sollen, weiß ich nicht. Aber da ist ein Ausrufezeichen. Also wir sollen auf jeden Fall da hin. Oh, hier. Oh. Weiß ich nicht. Aber was war da, du? Wir haben die Schilden, meine Schilden. die schilder sind nicht schlimm hauptsache sind wir keine von der energie weg gerade da sehe ich sind noch mehr da kriegen auch platt oder ich muss mal kurz alle wieder zusammengeflickt gebiet gesichert was wir hier durch sollen oder oben hochgehen soll wir gehen jetzt mal hier längs was kommt wir sind schon nach oben gehen trotzdem mal hier längs vielleicht finden wir noch irgendwas hier da geht es auch nur wieder runter ja okay gut hier müssen wir nicht längs entschuldigung kommt mit mir hier längs da kann man wahrscheinlich nicht hoch oder war schon zurzeit außer betrieb ja da müssen wir wahrscheinlich einen längs an den weg sehe ich ja nicht commander ich glaube wir gehen in die falsche richtung turm ist hinter uns ja ich mir auch gedacht aber wo geht es da noch längs und eingang übersehen so hier geht es weiter ach guck mal wie dumm sind wir nicht von hier gekommen es entgeht im turm wir müssen also bin ich hier die falsche richtung gelaufen es gibt doch gar nicht dumm okay noch mal zurück das liegt daran weil es alles so gleich aussieht oder ich habe einfach nur einen orientierungssinn wie eine beratwanne ach hier können wir hoch guck mal eben gar nicht gesehen danke die kriegen es eigentlich recht gut wir kommen kurz zusammen Oh, ist das ein Globberrain? Nee, oder? Konnte ich nicht erkennen. Könnte gut sein. Dann fragen, aber ich glaube, unser Job hier ist erledigt. Lass uns mal kurz hier weitergehen. Hier gibt es mir bestimmt was. Genau. So. Perfekt. Alles nehmen. Dann müssen wir zurück zu Fai Dan laufen. Naja, das war jetzt eine kleine, das war eine leichte Aufgabe, aber ich glaube nicht, dass das alles war hier auf dem Planeten. Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür wäre das echt eine Obersized Mission gewesen. Gucken wir mal. Ja, das wirkt alles ein bisschen leicht. Man konnte ja was einstellen, aber ich spiele in normalen Schwierigkeitsgrad. Also, im Moment ist es so, läuft man so durch, ne? Naja. Warten wir, bis der nächste Bosskampf kommt, so. Oh Gott! Sie überhält uns! Ah, irgendwas gemacht bei mir. Ich kann nicht schießen, solange ich da... Okay. Sind wir hier richtig? Ja, ich glaube schon. Wir sehen was halt was Rotes. Die Waffen sind echt geil. Also. Finde ich. Okay. Dieses Ventil scheint zu einem großen System zu gehören. Höchstwahrscheinlich gibt es noch andere, die wir aktivieren müssen. Natürlich müssen wir Sachen aktivieren. Lass mal zu... Und zu Falldan gehen. Der uns da nochmal irgendwas erzählen kann, so. Noch ein Wasserventil. Da ist noch eins. Sieht nicht aus, als wäre es schon aktiviert worden. Wir sollten uns weiter umsehen. Okay. Tun wir. Noch mehr Wege, wo wir hin können? Hier nicht. Okay. 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 Wir sind auch schon wieder falsch hier. Das ist echt so ein kleines Labyrinth, finde ich. Oder? Jetzt rennen wir ja schon wieder nach oben. Das ist doch irgendwie. Können wir noch nicht benutzen. Na gut, dann gehen wir jetzt mal raus. Gucken mal, ob der uns was erzählen kann da draußen. Jetzt runter. Stehen die hier noch? Ach ja. Der Turm ist gesichert. Danke, Commander. Gut, dass Ihre Kolonie jetzt sicher ist. Danke für Ihre Anteilnahme und Ihren Einsatz gegen die Gate. Wir haben Sie aufgehalten. Aber Sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Warum? Was wollen Sie? Wenn Sie Antworten brauchen, dann fragen Sie sie. Wir wissen nicht, wonach Sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben Ihr Hauptquartier beim Exogeni-Gebäude bezogen. Dort werden Sie vielleicht Ihre Antworten finden. Wo ist das? Wie komme ich da hin? Der Skyway führt direkt zum Exogeni-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen. Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee geht im Wege. Das ist kein Problem. Ich hatte nicht erwartet, dass es einfach würde. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. Dann brechen wir auf. Viel Glück, Commander. Okay, wir hätten, glaube ich, irgendwas mit diesem Wasserkram machen können. Das können wir jetzt natürlich nicht. Gut. War hier nicht irgendwas drin? Bitte entschuldigen Sie, aber meiner Frau Kalanta geht es zurzeit nicht so gut. Sie muss sich ausruhen und einfach akzeptieren, was geschehen ist. Okay. Ich muss gehen. Bitte tun Sie alles, was Sie können, um die Angriffe aufzuhalten. Haben wir schon. Was ist das denn hier? Ah, okay. Hier ist auch irgendwie ein Ausrufezeichen. Ob man irgendwas sehen kann hier. Kann ich nochmal mit dem Reden? Commander, was kann ich für Sie tun? Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Ah, okay. Die Geht müssen vernichtet werden. Arcelia hat recht. Es sind noch Geht in den Tunneln. Wir haben auch profanere Probleme wie Essen, Wasser und Strom. Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Sie sollten mit den Leuten reden, die Sie beaufsichtigen. Okay, man könnte hier den ganzen Kram machen. Wassermangel? Kann ich Ihnen helfen, das Wasserproblem zu lösen? Maka Doyle kümmert sich jetzt um dieses Problem. Wenn Sie ihr helfen möchten, sprechen Sie mit ihr. Haben Sie irgendwelche Informationen über Geht in den unteren Tunneln? Nichts Neues. Sie sind irgendwo in den Tunneln, als bewachten Sie einen Transmitter zur Koordinierung Ihrer Angriffe. Es ist derzeit keine tödliche Bedrohung, aber ohne diesen Transmitter könnten wir uns besser gegen weitere Angriffe verteidigen. Okay. Strom. Was ist denn mit der Stromversorgung der Kolonie los? Mayor Connell arbeitet an unserem Stromproblem. Sie weiß sicher mehr darüber als ich. Und Futter? Sie haben eine Lebensmittelknappheit erwähnt. Devin Reynolds ist damit beauftragt, so schnell wie möglich für Nahrung zu sorgen. Wenn Sie ihm helfen möchten, sprechen Sie mit ihm. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Okay, den haben wir ja gesehen hier drinnen. Da läuft ja dieser David Reynolds, der ist ja hier drinnen. Der ist direkt da vor uns, ne? Dann können wir vielleicht mit dem mal reden. Und der kann es mal sagen, wie wir es mit dem Essen machen. Und mit dem anderen müssen wir auch nochmal reden. So, erstmal reden wir mit ihm. Sie haben die letzte Angriffswelle zurückgeschlagen. Ja. Sie werden zurückkommen. Und wenn die Gate uns nicht töten, werden wir verhungern. Was unternehmen Sie, um diese Situation zu lösen? Ich müsste Warenfleischvorräte anlegen, aber das ist zu gefährlich. Der Alpha-Waren ist riesig und eine echte Bestie, vielleicht Tollwut. Total außer Kontrolle. Ich kann nichts unternehmen, solange er noch lebt. Hm. Erzählen Sie mir von den Waren. Solange die Gate angreifen, kann man sie nicht jagen. Sie stürzen sich auf alles, was sich bewegt. Sogar auf die verdammten Maschinen. Der große Alpha-Waren ist das eigentliche Problem. Er ist eine wilde Bestie, total außer Kontrolle. Ich muss gehen. Gut, also wir müssen den Waren killen vielleicht. Da Marsha Doyle ist ja für die Stromversorgung zuständig. Den noch mit ihr. Tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit. Wasser, okay. Ich muss mich um das Wasserproblem kümmern. Kann ich irgendetwas tun? Das Versorgungsgebäude war eines der ersten, das die Gate übernommen haben. Finden Sie die Steuerung und aktivieren Sie sie. Solange wird die Kolonie kein Wasser haben. Mein Raumschiff ist sofort abflugbereit. Damit könnte ich Wasser einfliegen. Nun, wenn Sie nicht alle paar Tage losfliegen wollen, würde das nicht unser Problem lösen. Wir müssen uns selbst versorgen können. Sie wissen doch, wo das Problem mit dem Wasser liegt. Die Kolonie kann sich nicht erlauben, noch mehr von uns zu verlieren. Wir sind einfach zu verwundbar. An was anderes denken? Trotz der ständigen Angriffe scheinen Sie nur an das Wasser denken zu können. Ich, ich kann an nichts anderes denken. Es ist so viel geschehen. So viele Schmerzen. Wenn ich mich um meine Aufgabe kümmere, fühle ich keine Schmerzen. Ihre Leiden sind unübersehbar. Diese ständige Bedrohung zerrt an den Nerven. Ich muss gehen. Okay. Viel Glück. Da kann man auch was machen. Kolonis, Kolonis, Greta Reynolds. Ich werde diese Position halten, falls diese Dinger noch einmal angreifen. Da ist er mit dem Strom, ne? Gute Arbeit mit den Geet. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Würde es helfen, wenn ich Ihnen ein paar Energiezellen von der Normandy bringe? Wir können sicher ein paar erübrigen. Ihr hochmodernes Schiff hat nicht die gleichen Bauteile wie unser alter Generator. Die Zellen sind nicht kompatibel. Mal sehen, was ich gucken kann. Wenn ich etwas finde, während ich mich umsehe, werde ich es in Ihre Richtung schicken. Danke, Commander. Ich weiß das zu schätzen. Okay. Commander, man forderte mich auf, Ihnen meine Waren anzubieten. Was haben Sie angeboten? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Natürlich. Ich kann Ihnen sicher ein paar sehr interessante Sachen zeigen. Mhm, 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 mhm. Kaufe ich mal. Man muss auch mal ein bisschen Geld übrig lassen, ne? So. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze regeln hier. Also. Sie haben wohl das Kommando auf dem Schiff, das gerade gelandet ist. Ja, okay. Auf Wiedersehen. Viel Glück da draußen. Ich muss diese Arbeit fertigstellen. Das ist die Frage, wo wir hin müssen, ne? Um. Wir müssen wahrscheinlich die Tunnel machen. Vielleicht geht da jetzt der Fahrstuhl. Testen Sie mal. Kann ja gut sein. So. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das erst erledigen müssen. Man will den ja auch ein bisschen helfen, ne? Mhm. Kommander, was kann ich für Sie tun? Was können Sie mir über die Verteidigungssysteme der Gate erzählen? Ich kenne keine Details, aber ich glaube, dass Sie mehr Widerstand als am Kommandoposten aufgebaut haben. Bei Exogeny ist mindestens ein Gate-Schiff gelandet. Und auf dem Skyway wurden riesige Laufpanzer gesehen. Es wird ein harter Kampf. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Kommander. So, jetzt funktioniert der Fahrstuhl, glaube ich. Überleuchtet der. Können wir gut vorstellen, dass wir den jetzt nutzen können. Hoffe ich zumindest. Jetzt werden die anderen Bereiche kommen, ne? Ja! Ja! So, wenn wir hochfahren... Gut, wir machen aber genau hier Pause und machen hier beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.